Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Mann, der jetzt zu uns kommt, kommt geladen zu uns. Man hat es der Presse entnehmen können. Vor wenigen Tagen ist er in Frankfurt erzürnt aus einem Theatersaal gegangen. Sein eigenes Stück wurde aufgeführt und sein Stück wurde zerstört. Und das hat er zum Anlass genommen, nach zehn Minuten den Raum zu verlassen. Heute kommt er deutlich besser gelaunt zu uns. Hier ist der große Schriftsteller Daniel Kehlmann. Daniel Kehlmann. Was magst du trinken? Ein Wein. Ein Wein? Sehr gerne. Lieber Daniel. Ich habe es mit Verwunderung gelesen. Kehlmann knallt mit der Tür, steht hier in der Berliner Zeitung. Und ist es wirklich so, dass du so erzürnt warst bei deinem Stück Der Mentor, wurde er aufgeführt in Frankfurt. Und du bist offensichtlich nach fünf Minuten hast du den Theatersaal verlassen, weil du es nicht ausgehalten hast, was mit deinem Stück passiert ist. Bitte erzähl uns die wahre Geschichte. Willst du die wahre Geschichte? Ja. Die ganz wahre Geschichte, die Tür hat geknarrt. Wie ungefähr? In welcher Lautstärke? Es war schon eine schlecht geölte Tür. Das heißt, sie hat laut geknarrt. Daraufhin stand dann in einer Frankfurter Zeitung, er ging lautstark hinaus und daraufhin war dann die DPA-Meldung. Was macht man schon, wenn man lautstark hinausgeht? Er knallt mit der Tür. Und die Wahrheit ist aber tatsächlich, ich bin hinausgegangen. Nicht nach zehn Minuten, aber nach dem ersten Akt. Also ich habe schon gewartet, bis es dunkel war, damit es nicht so auffällt, aber dann hat halt die Tür geknarrt. Und es war auch nicht, weil mich die Regie gestört hätte, weil dazu kam ich gar nicht, sondern es war einfach der Text nicht mehr vor mir. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ich sitze jetzt da, der Text, es war in jeder Zeile praktisch eingegriffen worden. Es waren Pointen, Witze, nicht sehr gute, aber das ist gar nicht so wichtig. Es waren alle möglichen Witze hinzugeschrieben worden. Das ist nicht so wichtig, das kennt ihr auch. Ich dachte nur immer, das ist alles nicht von mir und habe überlegt, was passiert, ich muss mich ja jetzt verbeugen. Aber das war nicht von mir und besonders gefallen hat es mir auch nicht. Also natürlich verbeugt man sich auch mal gerne für etwas, was nicht von einem ist, wenn man es gut fand. Und hattest du auch das Gefühl, dass während das nicht sehr gute Stück, das nicht von dir war, die Leute dich alle anschauen und denken, was ist mit dem Kähmann los, hat da eine Schaffenskrise? Ich glaube, ich hatte das Gefühl, ja. Also ich glaube, dass zumindest einige gedacht haben, man könnte sie noch nicht übel nehmen. Und dann habe ich gedacht, ich schleiche mich jetzt davon. Meine Theaterverlegerin saß neben mir, war genauso erstarrt und entsetzt wie ich, weil sie das Stück auch sehr gut kannte. Ich habe sie zuerst leise gefragt, kommt da noch mal was von mir? Und sie hat gesagt, weiß nicht, schauen wir mal. Und was ich sehr gut finde, ist die Sanktionierung jetzt. Wenn die Leute jetzt in Frankfurt in das Theater gehen, finden sie am Sessel einen Zettel vor. Herzlich willkommen in diesem Theater. Der Autor distanziert sich von dem Stück. Im Prinzip ja. Also es liegt im Programmheft, aber ich habe das verlangt. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich mit der Forderung gleich durchkomme. Bin ich aber. Und ich habe ja auch nichts dagegen. Die sollen das Stück gerne weiterspielen, solange sie mögen. Sie sollen es auch von mir aus ewig, nein, es soll nicht ewig weitergehen. Aber so ein bisschen soll es von mir aus weitergehen. Aber es soll jeder wissen, dass es nicht von mir ist. Gehst du jetzt als Zicke in Deutschland im Feuilleton oder? Wegen der Tür. Nur wegen der Tür. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Aber war es ein Türenknallen wie dieses hier? Also ich jetzt Kehlmann nach 20 Sekunden. Versuch erst mal zu knarren. Es war nicht so. Nein, nein. Es war wirklich ein. Was ja viel schlimmer sein kann. Herr Kehlmann, was ist denn? Was ja viel schlimmer sein kann, dieses lange Knarren. Ein riesig langes Knarren, so 20 Minuten. Und alle Griffe rieren. Ein bisschen war es schon so, muss ich leider gestehen. Aber wer weiß denn schon vorher, dass die Tür so knarren ist. Aber hast du jetzt dann überhaupt noch Lust, irgendwie für Theater weiterzuschreiben? Oder denkst du dir, scheiß der Hund drauf, ich kann eh Bücher schreiben und da schreibt mir keiner rein? Oder ist dein Buch auch verändert worden von Lektoren? Nur in der Zusammenarbeit mit guten Ratschlägen, die ich auch wirklich gerne aufgenommen habe. Nein, es ist ja wirklich so, das Theater ist so eine merkwürdige Leidenschaft von mir, die mir hauptsächlich Probleme einhandelt. Aber ich höre nicht auf. Ich weiß auch nicht, warum. Warum, ja, das wäre meine Frage gewesen. Ich kenne dich gar nicht so als irgendwie so verkniffenen Kämpfer um seine eigenen Theaterrechte. Ich habe mir gedacht, dir ist das in Wahrheit. Was sollen die machen? Ja, ich wünschte, ich hätte vorher mit dir gesprochen. Ja, es ist wirklich, aber wenn man da sitzt und es ist dunkel und die Leute schauen auf die Bühne und auf der Bühne geschieht Furchtbares und alle denken, das ist von mir. Man fühlte sich wirklich wie jede 30 Sekunden einmal geohrfeigt. Trotzdem, gelassener sein ist nie ein falscher Vorsatz. Also nächstes Mal bin ich, ich habe die Chance, also am Freitag hat das selbe Stück Aufführung, also Premiere in Hamburg. Gehst du hin? Geh doch hin, bitte. Geh hin und ich verspreche Gelassenheit. Man muss die Türen aushängen vorher. Sehr herrlich. Du, hast jetzt seit der Vermessung der Welt, ist das der erste Roman? Das sind jetzt wie viele Jahre her? Sieben Jahre? Sagen wir mal der erste richtige Roman. Ich habe vorher dazwischen... Roma bin ich gelesen, das war kein Roman? Ich habe es genannt, ein Roman in neuen Geschichten. Ich sehe es schon als Roman, also es war auch nicht, ich sehe es nicht als eine Ausflucht, das einen Roman zu nennen, aber es ist tatsächlich so eine Halbform. Es ist ein Roman in Geschichten, es sind eng verbundene Geschichten, das ist eindeutig ein Roman. Ja, ja, ja. Und hast du dann, weil es eindeutiger ein Roman ist, ein bisschen Sorge gehabt auch? Hast du ein bisschen Angst dann gehabt? Klar, ich habe immer Angst und wenn man ein dickes Buch rausbringt, ist das ja auch immer ein guter Anlass, Angst zu haben. Also, ja, da so einen gewissen Druck bei der Arbeit merkt man sowieso immer und so ein gewisses Lampenfieber, wenn man ein Buch rausbringt, ist auch normal. Und da das Buch quasi schon bevor es rauskam und jetzt auf jeden Fall, seitdem es gerade erst draußen ist, die Bestsellerlisten anführt, ist die Angst dann ein bisschen auch schon abgefallen. Und nachdem es sehr gute Kritiken gab, nachdem Leute es gelesen haben, nachdem wir beide, die es wahnsinnig gelobt haben im Vorgespräch, war wir beide dieses Buch sehr lieben. Und wenn ein neues Kehlmann-Buch nicht auf Platz 1 in Österreich klettert, ist es Zeit, die Türen knallen zu. Na, aber es ist ja im Spiegel auf der Bestsellerlisten. Ja, sowieso. Ist doch klar. Ja, okay. Oder? Aber ich denke mal, es ist ungelesen sogar Platz 1. Meine Frage ist, kann man mit dem Buch, mit dem Titel F am amerikanischen Markt reüssieren? Gerade. Am amerikanischen vielleicht, der, der, mir wurde gesagt, der Englisch ist das Problem, weil gerade im Londoner Englisch verwendet man tatsächlich das F im Sinne von dem F-Wort und sagt eben sogar F off oder, oder what the F. Sogar. Ja, ja, also mir haben englische Freunde tatsächlich Wetten angeboten, dass es unmöglich ist, ein Buch mit dem Titel F in England zu veröffentlichen. Ich weiß, ich war das, ich war das. Würdest du, wärst du bereit, es G zu nennen oder H oder L? Also ich habe mir gedacht, wenn ich wirklich, nein, nicht ein anderer Buchstabe, wenn ich, einer meiner Arbeitstitel war einfach der Name der Familie, um die es geht, Friedland. Friedland. Und das wäre dann mein englischer Titel, wenn ich einen anderen wählen müsste. Ist auch nicht der aufregendste Titel, aber es ist ein schöner, klassischer, ruhiger Titel, den man, glaube ich, nehmen kann. Wie lange hast du geschrieben an dem Buch? Gute vier Jahre. Wie muss man sich das vorstellen? Du schreibst ja mittlerweile wieder mit der Hand, habe ich gelesen. Ja, 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 ja. Weil du das nicht schnallst mit dem... Nein, aber weil die Ablenkungen im Netz, irgendwie so am Computer zu schauen, zu groß sind? Ja, sind zu groß. Also man fragt dann dauernd seine E-Mail ab oder man hat dauernd, redet man sich ein, es gibt irgendwas, was man ganz dringend nachschauen muss. Man muss immer irgendwas ganz dringend nachschauen und dann, das kennt ihr ja sicher auch, und dann schaut man nach und schaut man nach und dann hat man eigentlich nichts geschrieben. Und wenn man so ein schönes weißes Heft benutzt, das erinnert einen zuerst ein bisschen an die Schule wieder, dass man mit einem Heft da sitzt und ein Heft füllt. Liniert oder nicht liniert? Nicht liniert. Liniert wäre zu sehr an die Schule erinnert. Und machst du dann, wenn es nicht liniert ist, machst du selber einen Bleistiftstrick? Nein, 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 ich habe tatsächlich auch Sorge gehabt, kann ich noch gerade schreiben ohne Linien? Und? Ja, das ging dann, das ging dann. Also man sieht das auch mit Stolz. Man hat dann diese Hefte da liegen und die sind vollgekritzelt mit Schrift und man denkt, wenn alle Stricke reißen, kann man das noch an die Wiener Landesbibliothek verkaufen fürs Archiv. Also das ist so dein Notfallplan. Das gilt nur für Daniel Kehm, man sieht zu Hause, das bringt nichts, es wird ihm niemand abkommen. Es ist ein Familienroman, Arthur Friedland ist der Vater von drei Söhnen, zwei sind Zwillinge und diese drei Söhne leben ein lügenhaftes Leben. Martin ist ein Priester, der nicht glaubt. Sehr dick. Eric ist ein Anlageberater, der das ganze Geld seiner Klienten verzockt und Ivan ist der Kunstfäscher. Jetzt bist du selbst Vater geworden, vor kurzem. Wie würdest du dir das Leben deines Kindes vorstellen, auch im Sinne dieses Romans, hättest du große Probleme damit, wenn dein eigenes Kind, wenn du irgendwann drauf kommst, dass dein eigenes Kind ein Leben führt, das komplett nur aus Täuschung und Fake besteht? Kommt drauf an, wenn er schauber Künstler wird, hätt ich gar nichts dagegen. Das ist ja auch ein Leben, das aus Täuschung besteht. Sonst, also Priester möchte ich nicht unbedingt, dass er wird. Ich glaube, das ist keine Empfehlenswerte. Aber hier saß mal jemand aus seinem Kloster vor kurzem, der hat so Aufkleber gemacht, weil da stand drauf, schock deine Eltern, geh ins Kloster. Ja, das würde bei mir auch funktionieren. Ein sehr dicker Klosterbruder werden, um seine Eltern völlig fertig zu machen. Das würde funktionieren bei mir, ja, absolut. Aber Anlagebetrüger, das würde ich ihm auch nicht unbedingt raten. Kunstfälscher, ja, warum nicht? Daniel, Vermessung der Welt, ein Riesenerfolg, der wahrscheinlich nicht wiederholbar ist. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich traue euch alles zu, aber wahrscheinlich nicht wiederholbar. Nein, nein, ich stimme dir da voll inhaltlich zu, ja. Ja, und mach das einen Schriftsteller, wenn man weiß, man hat einmal so einen wirklichen Jackpot geschossen und man kann das nicht mehr erreichen, auch wenn dieses Buch wahrscheinlich auch wieder, schätze ich mal, eine Million verkaufen wird, was ja eh schon nach den Sternengreifen bedeutet für alle anderen Autoren. Wenn man aber das nicht wiederholen kann, was man einmal geschafft hat in jungen Jahren, nagt das sehr an einem? Bisher gar nicht. Also bisher habe ich wirklich meinen Frieden damit gemacht und sage mir, besser man, also ich meine, wenn jemand im Lotto gewinnt, wie irre wäre der, wenn der jede Woche weiter Lotto spielt und dann noch sich darüber ärgert, dass er nicht nochmal gewinnt. Also das wäre ja absurd. Und ich glaube, ich weiß und glaube und ist mir einfach völlig klar, noch so ein Verkaufserfolg wird nicht stattfinden, und das gibt mir aber die Freiheit von jetzt an zu machen, was ich will, künstlerisch und eben auch entspannt zu sein, weil wenn der Verkaufserfolg nicht wiederholbar ist, dann muss ich es auch nicht versuchen. Aber es ist möglich natürlich, weil Gott hat zum Beispiel erst das Alte Testament und dann das Neue und das war immer noch erfolgreich. Und dann den Koran, aber das ging ja endlos weiter. Also es geht schon, wenn man will. Ja, es geht, wenn man will. Das ist wahr. Also vielleicht frag mich in 20 Jahren nochmal, dann bin ich vielleicht zerstört von diesem Scheitern. Aber bisher empfinde ich das noch nicht so. Ist das denkbar, dass du ein zerstörter Autor wirst? Dass du irgendwann denkst, das ist jetzt 30 Jahre her, dieser große Erfolg. Dass du irgendwann vielleicht so runtergerockt bist, dass du für uns Witze schreiben musst. Kann der Fall eintreten. Ich arbeite dran, ein zerstörter Autor zu werden. Also ich, der Fall kann durchaus eintreten. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, aber der Fall kann eintreten. Ja, würde mich freuen. Wir brauchen Leute. Deines Formats.